Ein fröhliches Miau! Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge wie... Äh... Äh... E? Ah, E-Watt. Okay. Zu einer neuen Folge Faktoriu. Und bitte fragt mich nicht, was ich vorhatte. Anscheinend wollte ich in der letzten Folge... Dingsbums bauen. Ach, du Scheiße. Ich hab ganz vergessen, wie riesig das hier war. So, was ich ganz kurz gucken möchte, da wir das ja unbedingt... Was fehlt denn? Okay. Äh... Okay. Okay, Leute. Also, wir brauchen... ...wieder mehr Roteschaltkreis wie immer. Aber wir wollen jetzt erstmal das hier kurz anleihen, bevor wir hier... So, was brauche ich? Leichtöl und Festbrennstoff. Leichtöl und Festbrennstoff. Wo läuft denn meine Leichtöl-Leitung? Hier läuft meine Leichtöl-Leitung. Das läuft nicht gut. Und hier haben wir alles. Das ist gut. Warte mal. So. So, da kommen wir... Da, eins, da, zwei, so. Äh, hab ich hier meine Fließbarteil? Ja. So. Voilà. Ja. So, dann machen wir mal. So, ne? Ne, dann machen wir mal so. 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 So, das passt. Äh, dann brauche ich... Lalalalalalalala. Ich brauche... ... alles in die Scheiße. Oh, ich will gut sein. Ich will gut. Ich will gut. Ich will gut. Okay. Oh Gott, das ist ein kassler. Also. Das war so. Wie verständlich hat man das auch. Oh ja, das ist ein kassler. Oh ja, das ist ein Kassler. So. Alles klar. Alles sehr neu hier für mich. Ich muss mich erstmal hier mit der. Alles klar. also ich brauche Ruhe, 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 Ruhe hier, ich habe keine Ruhe das ist nicht verarscht ich mache mal ein paar Ruhe so, ich habe keine Ruhe, kann doch nicht angehen hier, ich brauche Ruhe immer so, zwei Ruhe reichen so, da drehen wir mal ganz kurz so ähm so, noch ein paar Ruhe so perfekt ich gehe da so hätte ich nicht mal mehr Slots Bergbauproduktivität nein, wir wollen das erforschen Leute, Abbruch Forschung starten ich will den Spidertron der ist ja neu so, hätten wir das auch und irgendwie ist das kann ich das ich will eigentlich das größer weil nein, lassen wir so, haben wir Dingsbums stellen wir Dingsbums her stellen wir Dingsbums her stellen wir fest festbremd festbremd jetzt nicht wir haben hier so wir haben massig davon wir haben massig das heißt wir haben aus Schweröl a little bit of Dingsbums a little bit of Dingsbums der lille wird auf die festbrennstoff dafür brauche ich eine fabrik da ist eine fabrik wunderbar so wie man am besten schön eng wundervoll festbrennstoff ist auch inzwischen produkt festbrennstoff fluggestell wird nein ich brauche festbrennstoff festbrennstoff stellt man die nicht daher stellt man das das ist nun mal kurz so chemie chemie festbrennstoff jawohl da muss ich nur drei guter machen ich brauche mal kurz ein Röhrchen, 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 wo sind die Röhrchen, da sind Röhrchen, zack, dann einmal zack, ich hätte gern davon eins, so, dann einmal Stroh, dann Greiferli, so, dann greifen die mal hier ein bisschen rum, genau, der macht das, äh, das, der macht das, du greifst da mal rein, du greifst da rein, aber, so, habe ich noch, äh, Speedmodule, ja, äh, Modules, 1, 2, 3, so, wie war das denn, so war das, sag, das ist doch recht, Steuerung rechts, und ich, es tut mir leid, aber ich bin nicht mehr so im Spiel drin, also, unser größtes Problem ist, glaube ich, gerade hier, mit, äh, dem Petroleum, da wir wieder viel zu wenig Petroleum haben, ist meine Vermutung, gehe ich bei der Vermutung richtig, ja, viel zu wenig Petroleum, wo ist ein Petroleum-Tank, hier, ei, 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 so, wo, wo ist das, du gehst, hier, krieg ich nicht genug Dings, wo ich, okay, nicht genug Dings, dann nehmen wir mal ein paar Petroleum, so, 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 da soll ich auch schon mal mehr was, jetzt sagt mir nicht, dass ich nicht genug mehr, 2, okay, also, so, wie ich das sehe, warte mal, die Pumpe, wann läuft die, größer, 10k, hier ist, wieviel drin, 10k, scheiße, wir brauchen, es liegt nicht einfach am Petroleum, sondern unser Problem ist, also, wir haben einfach viel zu viel verbraucht, so, wir brauchen ganz kurz was gucken, weil sie brauchen ganz lang mehr, dann sind wir mal ganz ehrlich, wir brauchen, er will Raffnerien, Raffnerien, ne, ich muss nicht mehr Raffnerien anbauen, ne, das heißt, wir brauchen jetzt mal Raffnerien, Öl Raffnerien, so, Öl Raffnerien, Leute, Öl Raffnerien, so, und ich habe jetzt sehr viel Zeug in meiner Tasche, das ist ja nicht mehr, und, so, fertig, sind wir da, ups, wir haben Gleise am Zusieden, was wir alles haben, ne Tasche, so, wir haben jetzt Öl Raffnerien, ich will mal ganz kurz gucken, so, also, Hun, Maich 45, okay, also, wir brauchen Öl Raffnerien, und zwar, das nicht wenig, so, wir gucken mal, ob wenigstens roh, da ist ja roh, das macht's, weißt du, wir müssen das nur ins System schweißen, also, wir sind wieder platztechnisch eingeschränkt, so, wo wird endlich mein Boden angenehm, hier ist man, ich sehe hier massig Platz für so eine lange Reihe, Leute, hier sehe ich massig Platz für eine lange Reihe, wenn ihr das auch seht, sagt bitte ja, ja, alles klar, also, wo sind jetzt schon wieder meine Raffnerien, da, also, fangen wir so an, wir brauchen, zack, 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 ich will mehr, Leute, ich will mehr, das heißt, ich brauche, ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich den ganzen Scheiß herstelle, ach, da, hier, hier, kurze Frage für die, kurze Frage, hier, Leute, ich sag's, egal, auf welcher Seite ich da, ist völlig egal, alles, oh, Leute, alles klar, mir wird gesagt, ist völlig egal, auf welcher Seite ich da tüdel, wenn das völlig egal ist, werden wir dann mal ganz kurz umtüdeln, weil, kann ja nicht angehen, dass hier die gar nicht mehr arbeiten, so, das heißt, wir werden das hier mal um, ein bisschen rummischen, ne, ich soll ja nie so all, ich will ja hier, volle, volle Auslastung, jawohl, das sieht schon besser aus, das sieht schon besser aus, volle Bänder, so nämlich, volle Bänder, Leute, volle Bänder, volle Bänder, gefällt mir, warum ist das denn nur, äh, dickrums, das muss schneller sein, volle, wie viel Blau Bänder hier, Blau Bänder, blaue Bänder, wir brauchen, Schaltkreise, so, jetzt geht's, also, jetzt kommen schon mal hier genug Schaltkreise, das sieht doch schon mal gut aus, und irgendwie habe ich hier noch immer Probleme mit dem Rumbischen, das heißt, wir werden noch mal hier ein bisschen Rumbischen, ein bisschen Mischmasch betreiben, so, lasst uns mal Mischmasch betreiben, so, zurück zum der Baueigentlichen, auch schon betragen möchte, so, jetzt haben wir genug Schaltkreise, so, Leute, jetzt macht's das, also, wir haben jetzt genug für ein paar Öhrassen, mach mal, also, weiter im Text, ich würde mir gerne, gerne mal ein paar Rohre anfangen, aber jetzt, jetzt mit Rohren arbeiten, wir werden jetzt Rohre verbrauchen, wie die Pest, das heißt, ich hätte gerne Rohre, alles, ich hätte gerne 100 Rohre, zack, wie ich stelle mich her, und ich hätte gerne, eine, die Frage existiert, wird, etwas, die, die, auch mal 50 Stück, das heißt, das, heißt, das ist nicht vorhanden, oder was, Was soll das heißen? Leute, ihr müsst mich doch nur füllen. Füllt mich! Stopft mich voll! So, sind die leer? Das sieht auch manchmal, dass für welche leer sind es. Naja, ich ganz weiß hier. Bitteschön. So, zurück zum eigentlichen Thema des heutigen Problems. So, da sind die. Lololo, lololo. Lololo, lololo. Also. So. Unbeugnen an dich. Stirling. Wie geht das? Wie war das denn? Wie war das denn mit Copy und Paste? wie war das denn noch mal nein wie war das denn noch mal Oh nein 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 das habe ich getan auf Hör auf Autsch Wie geht das weg Rechtsklick Wie geht das weg Mach weg Entf Ich will das nicht Ach geht das alleine weg Okay Wenn das alleine weg geht Geht dieser Ding So wo sind jetzt hier die Dinger wieder da Ich will noch immer wissen Wie ich das nochmal kopiere Das ist mal wieder alt Ich brauche wieder alt Leute So What the fuck So Shift rechts klick So war das So war das Leute So war das wunderbar So Wurden mir mittlerweile Rohre geliefert Nein Warum haben wir keine Rohre geliefert Wenn ich die bestelle Leute 30 Dann machen wir das So wir nehmen hier so Teiler Teilingus Ja hier haben wir es Obwohl hier reich völlig Oder ja das sollte völlig So Teiler fließt Ich will hier nicht So Maschine Logistik Dingsbums Rein da Strom Kiste Hinder Jetzt sag mir nicht das da Oh Ufftata Wo sind jetzt hier die Hanger Wo sind jetzt hier die Hanger Ich bin echt zu blöd Hanger Da Robert Da sind meine Hangers So Hier Funkloch Ich glaube Takt So Hat er auch kein Saft Reiß ich Bitteschön So Geh doch Also wir werden hier noch nicht Was Das geht glaube ich schneller Wenn ich das Komme die jetzt noch hinterher Ich würde sagen Nein Deswegen machen wir das jetzt Ja wir machen das jetzt so Dann haut er hier durch Genau So Hat auch Der hier Okay Dann haben wir noch So eine alte Maschine Die da Ja damit die etwas langsamer ist Die macht das da Die lädt langsam ein Wieder langsamer ein Dadurch ist die deutlich langsamer So Das Ganze kriegt noch Strom Und weil ich Echt geizig bin Was soll der geiz Dann glätzt du hier wieder aus So Das wird dämlich Dann glätzt du hier wieder aus Bitteschön Bitteschön So Leute jetzt haben wir das Und hier will ich das da Und das da So Fertig Das gefällt mir schon mal sehr gut So Also Fangen wir an Petroleum kriegt ein Röhrstück Ja So Zack 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 Das kriegt zwei Das kriegt drei Zwei Drei Zwei Drei Zwei Drei Zwei 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 Und dann hier nochmal die drei So Die sind zwei So Dann geht das alles erstmal bis hier Machen wir mal bis Hier Ja das soll wirklich gehen Ja genau das geht Machen wir Legen wir erstmal alles hier Bis dann So 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 Dann machen wir hier so Und 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 dann waren auch schon alle Röhrchen weg Dankeschön So So Dann machen wir das Ganze hier noch Zack Zack Dann auch schon wieder alle Röhrchen weg Gibt ja die Röhrchen So So Das dauert Das dauert echt lange bis man alle Röhrchen zusammen Schlört Nächste Lohnt sich gar nicht anzufangen Das ist das Problem Die Röhrchen Jetzt ist das Risiko Und so Die Röhrchen So Da ist das Die Röhrchen Die Röhrchen Die Röhrchen Das ist das flüssig so gut wer damit aber ich will ja diesmal er soll in einer richtung so fertig wie das haben wir noch alte mäßchen so dadurch wird das hier leer gesaugt schön hier reingedrückt jetzt ist hier nichts mehr das gefällt mir das müssen wir hier irgendwie das es ist doch hier viel sinnvoller hier ist doch schon eine leitung wenn ich dann machen wir das hier lieber machen das lieber noch mal so so dann passt das hier muss ich auch mal so hoch machen ich fühle mich auf gleisen stehen immer sehr unwohl dann wäre hier das gelbe zeug vielleicht sollten wir da aber erst mal wieder zwei punkten bauen damit hat nur in eine richtung am besten wäre so damit ich nicht mehr stromelkabel legen muss auch angeschlossen fehlt nur noch das wichtigste alles noch angeschlossen hier kann man ab so hier könnte ich so wo ist meine pumpe da pumpe hier natürlich wäre auch nur zu schön zu machen so machen wir mal da mal gut das ist schmerzen ja das ist schmerzen ja machen wir mal sowas noch mal an wunderbar so dann legen wir hier noch wo muss ich denn die ach da also legen wir erstmal so so machen wir mal da erstmal das nächste Stück hin so nein so ja da ist es nicht gut so ja sehr schön so damit wäre das auch abgetünelt so ja so jetzt muss ich da irgendwie robel und was nehmen also ich würde sagen wasser legen wir hier denn ich würde sagen wasser machen wir direkt dran das heißt hier dann so nein wasser ich brauche wasser ich brauche Wasser für die Nerven so so ich weiß die Folge ist schon 3 Minuten lang fast aber das machen wir noch so das weiß ich so ja weil ihr wisst doch wie so häufig Faktorie kommt bei mir ja so wo ist denn Wasser hier wo ist denn verdommin nochmal Wasser hmm ney ney hier ist Wasser leck mich nochmal da ist es Wasser voller lieber sehr wenig ja wo ist der Wasser also wir müssen jetzt hier da irgendwie runter irgendwie runter irgendwie runter ich würde sagen wir gehen hier lang ne da ist die Leitung weiß ich empfehle der Chef empfiehlt so spontan so ey gute Empfehlung würde ich sagen sehr gut sehr gut sehr gut so dann geht es hier lang hier so hier so hier so damit wäre hier schon mal wasser da so jetzt rohöl 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 ist leer drauf dabei da wir müssen hier mal die Leitung ein bisschen hoch ja ich brauche hier mal kurze Öl so ja ich krieche gerade noch mit Mühe und Not den Druck aufrecht zu erhalten das ist schlecht wenn man das gerade mit Mühe und Not noch kriegt den Druck hier aufrecht zu erhalten ist natürlich nicht gut ja also wir müssen weiter hier wir müssen nach da oder wir müssen nach da also ich muss hier irgendwie wieder über die Schiene hüpfen so da muss ich das ganze hier langlegen so ach leck mich doch so damit wäre opala damit wäre jetzt hier auch rohöl da du anscheinend ist das jetzt leer hier der Tank ah leer schlecht damit wäre das hier fertig das heißt wenn ich jetzt hier kann ich hier auf 2 umstellen und hier auf 1 das heißt jetzt kann ich hier wenn ich hier Strom anschließen würde wird dann laufen reintüren nein nicht laufen da ich hier noch nicht die Dinger herangetüdelt habe also machen wir mal wieder 3 ich sagte 3 so scheiße scheiß die Wand an hier das muss so Leute das muss doch so sonst passt das nicht hier ist alles so kompliziert hier so ach das ist dann wie hoch bin ich vergesslich oder bin ich vergesslich ich ich wollte jetzt einfach hier auf mein Bann fahren und sagen ich muss ja gar nicht mehr laufen ach, was mach ich denn hier für ne Scheiß was mach ich hier für ne Scheiß ey, sag mal ich seh 32 Minuten dass das überhaupt geht das muss ich doch nicht boah, warte ey naaaah naaaah naaa, 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 naaa naaa, naaa, naa, 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 naa ui äh, geht mir grad ein bisschen auf den Sack wo sich eigentlich so uftata, so, uftata, uftata, lass mich hier raus so, da sind wir schon mal hier nach also jetzt hole ich nur noch hier dann tut es mal hier so dann tut es mal da so natürlich mal nicht so töttel mal hier so dann tut es mal so naaa so, dann tut es mal so und damit ist hier listing zirut So. Ich muss unbedingt mal beim Zug. Reicht nicht. Wo ist denn noch mal meine Öl? Öl. Uran. Rohöl. Verdammt. Hatte ich nicht irgendwo mal ein neues Rohöl vorkommen? Hier. ich habe das schon mal irgendwann wenn ich jetzt also genügend aber ob es dann wirklich so funktioniert wie es mir vorstellt das machen wir wirklich in der nächsten folge ich wünsche euch noch einen wunderschönen abonneschen am wunderschönen morgen auch mehr sie zu sehen und damit noch tschüss und mehr tschau